ja habe ich nun 448 spiele also das wollte ich gerade sagen woher ja ich gehe ich mit steffen gespielt und freigeschalt ja jetzt schon fast 450 spiele das wäre krass ich habe nur zwei von der mutter und kannst du sehen kannst du eigentlich sehen ob deine die bewertet wurde dann mit den leuten das ist alles schlechter also von den widerständen her und wurde schon mal abgegeben habe ich es nicht geguckt warum muss ich ja mal alles machen ja weil ich kann es kann können wir machen können wir gerne machen wozu was weiß der körper ich habe auch noch welche davon als verarsche der erst am durch deswegen achtung ich verstehe das nicht kreativ modus komme ich ja gar nicht so hoch und hier war ich voll hoch komme ich da jetzt rein ich bin einfach ganz nahe gewandt vielleicht möchte einfach neue ventilatorien baukerne ja ich bin 68 bin ich aber weiter jetzt eine gute abwechslung ich will einfach runter welche ich muss aber diese scheiße trotzdem auswählen das ist so dumm steuerkraut runter hinsetze fertig geht mir das mal ach so meinst du das ja das ist das finde ich auch ich tritt doch zwei mal steuerkraut und denke warum passiert doch nichts ja das finde ich auch ich finde es auch nervig sie einfach winken kann nehmen muss vorher noch irgendwie 3000 sachen drücken mit vormann winkt wo bist du jetzt im haus der war schon gedrückt ach so wusste ich nicht noch mal gedrückt das ist mein job weil du es ja schon alles kennt ja ich dachte ich nimm dir immer was ab kommen jetzt wieder raus jetzt kommen wir hier nicht mehr hoch da fehlt was was fehlt denn er fehlt ein klub wo waren wir noch mal toll nicht dein fucking ernst in den schleim gehechtet waren das hat steffen auch gehört ja nee ey bringt das nicht da ja nasson draufgedingstet nasson gefangen war was nasson war gefangen hat der knopf kaputt gemacht äh aufpassen dann macht ihr das knallhart wozu liegen die denn da weiß ich auch nicht glaube ich muss mal raus holen wo muss ich hin wo bist du denn hm wo ist denn die schmiedste da ne die schmiedste vorne kein schmied noch gar nicht natürlich ja nicht die wie komm ich da jetzt hoch ja im ventilator so jetzt muss man ich bin das aber auf der reise dahin ach so da wenn sie noch müssen da unten ja ne ich bin auf dem weg und jetzt jetzt kann man das loch doch rein schon noch was soll der scheiß guck mal wie assi ich weiß wo ich stehen muss ich benutze euch als kanon ach scheiße hier oben hier oben ist das ich glaube du sollst du wieder rausnehmen ja scheiße scheiße dann kann ich den anbegriffen dem boss dann macht er mir 30% weniger schaden ja 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 ich hab diesen hab dir beim paar weggemacht und hoffe er ist unsichtbarer den unsichtbaren schleimchen geht ich hab den mal den salespot noch aber mehr erreichen ja mittlerweile bis unter klein ja mittel vor gut ich bin ja ich bin ich bin ich bin ich bin hunderttausend Schritte Erhütte eure kritische Trefferchancen um 30% oder Bewegungsgeschwindigkeit Boah, das ist zu viel Platz sahen dafür raus Lass drei auf auf Oh, ein Stern Na, guck mal bitte Dann mach das Zeit, Freunde Ja Die pack ich auf jeden Fall weg Die pack ich dann bei mir rein Jetzt gibts wenigstens auch so'n Kleid zu Dankeschön Weil vorher gab's das ja nicht so Ja, auch super Wie weit fälscht, wenn ich jetzt hochdrücke? Bitte was? Wie weit fälscht, wenn ich... Wie weit fälscht, wenn ich... Ich weiss nicht, wie weit du fälscht Ah, okay Wenn ich jetzt einfach nur so unangenehm wäre, dann hätt ich's einfach gemacht Ach, ich hab's letztens gehabt bei Kraken Da wurde jemand auf meinen Rücken Da war ich so'n Scheiße Beim Springen auf die andere Kachel hab ich ihn feingelassen Oh Hm Tada Ja